Ich weiss nicht, wie du heute in den Tag gestartet bist, eine Stunde mehr Schlaf. Ich konnte es nicht ausnützen, ich war schon früher wach. Aber es ist doch ein guter Start in den Tag, in den Sonntag, eine Stunde zusätzlich im Bett liegen bleiben oder am Tisch sitzen zu dürfen. Und wisst ihr was, diese Woche habe ich noch etwas gelesen, was mich noch mehr aufgestellt hat als diese eine Stunde, die wir jetzt noch geschenkt bekommen haben für einen längeren Schlaf. Und zwar ist es ein Vers aus der Bibel, in Psalm 28,7 steht, Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. Lieder haben wir gesungen, ein eindrückliches Zeugnis von Andrea oder von ihrer Familie haben wir gehört. Und Gott ist gut, Gott ist gut, er sorgt für dich und für mich. Er ist gut. Das haben auch heute fünf Personen ganz bewusst gesagt. Ich entscheide mich heute für die Taufe, weil Gott gut ist in meinem Leben, weil ich ihn erfahren habe, weil er es gut meint mit mir. Und vielleicht bist du heute Morgen hier als Gast zum ersten Mal da. Kennst du vielleicht die Taufe von der Kindertaufe, wo man die Kinder mit Wasser besprengt, je nachdem, wie man es macht. Wir feiern es ein wenig anders, da komme ich nachher noch dazu. Aber ich möchte dich herzlich willkommen heissen heute Morgen bei uns in der Church in CBZ. Und ich hoffe, dass du nebst dem Spektakel der Taufe auch erfahren kannst, wie Gott ist. Weil eines ist klar, er kennt dich ganz persönlich mit deinem Namen. Du bist nicht jemand Unbekanntes für ihn, nicht eine Nummer in einer nicht enden wollenden Liste, sondern er kennt dich mit deinem Namen. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht oder sagst bewusst, ich möchte nichts von ihm wissen, aber er liebt dich. So wie er mich liebt, liebt er auch dich. Und sein Herz jubelt, weil er hat gute Gedanken über dir. Und ich möchte heute das Thema, und es liegt auf der Hand, über die Taufe sprechen. Weil, was soll ein schwarzes Becken hier mit Wasser gefüllt und weshalb machen wir das? Die Taufe ist wie ein Statement, das die Täuflinge abgeben. Es ist wie ein gutes Ritual, ein öffentliches Zeichen, das wir haben als Church. Und das haben wir nicht selber erfunden, sondern das steht in der Bibel. Da komme ich nachher noch dazu, was das genau ist. Und Rituale, etwas, was sich wiederholt, etwas, was wir haben als Menschen, das hilft uns, sich an etwas zu orientieren. Wir haben Rituale wie das Feiern von Weihnachten und Ostern zum Beispiel. Wir erinnern uns daran, was Gott getan hat, am Kreuz, an Ostern. Wir erinnern uns an Weihnachten, wie er geboren ist. Und dieses Jahr erinnern wir uns sogar noch mit Superhelden, wie Jesus geboren ist vom Ding. Wenn wir zurückkommen auf dieses Theater des Kigo und der Jugendlichen. Und so ist es auch mit dem Abendmahl, wo wir zurückdenken, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben, was in dem Abendmahl, in dem Brot und in dem Wein oder bei uns mit dem Traubensaft symbolisiert. Er hat sein Leib gebrochen, hingegeben am Kreuz und hat sein Blut vergossen für dich und für mich. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Taufe. Was ist die Taufe? Es ist mehr als nur Wasser und Nass werden. Es ist mehr als nur ein Statement abzugeben. Und in der Bibel lesen wir im 9. Jahrhundert, es gibt drei Arten von Taufen. Es gibt die Taufe in den Leib Christi hinein, in die Gemeinde hinein, das ist der erste. Es gibt die zweite, und das werde ich heute vertiefen, die Wassertaufe. Und der dritte, die Taufe im Heiligen Geist. Diese Arten, diese drei Arten lesen wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Und wir kommen heute nicht dazu, weil heute wir eben diese Taufe feiern dürfen, alle Punkte durchzugehen. Ich möchte auf die Wassertaufe dann eingehen. Das Wort taufen bedeutet im Griechischen wie eintauchen, untertauchen oder hineinlegen. Täuflinge dürfen entscheiden, wir holen sie immer wieder rauf. Also, wenn ihr hineinlegen möchtet, je nachdem wie lange ihr Schnauf habt. Nein, Spass beiseite, das ist alles geregelt. Ich will niemand verunsichern heute, die ins Wasser steigen. Aber alles, diese drei Taufenarten haben etwas gemeinsam. Das sind drei Punkte. Es braucht jemand, einen Täufer. Es braucht jemand, der sich taufen lässt. Taufe Kandidatinnen und Kandidaten. Und es braucht ein Element, in dem man hineingetauft wird. Und wenn wir vielleicht zu einer anderen Gelegenheit die anderen zwei Arten der Taufen durchgehen, werden wir merken, diese Punkte kommen immer wieder vor. Und heute betrachten wir diese drei Punkte zuerst einmal bei der Wassertaufe. Also, wer ist der Täufer? Heute haben wir zwei, das ist Dennis und Patty. Wer sind die Taufkandidaten? Und da haben wir ganze fünf heute. Ich nenne die. Ja, ihr dürft ruhig applaudieren. Das ist Susan, Tobia, Jürg, Erich und Miriam. Sie werden nachher noch später etwas zu sich selber sagen. Und dann haben wir noch das Element, in das sie getauft werden. Und das ist hier in diesem schwarzen Trog. Es ist Wasser. Und einfach, um etwas mal klarzustellen, es ist ganz normales Ascherleitungswasser. Es hat nichts Mystisches. Also, wir haben das nicht seit Jahrzehnten aufbewahrt und dann wieder abgeschöpft und dann immer wieder verwendet, weil wir das mal irgendwo an einem See, der heilig ist, auf in Tanks abgefüllt haben. Also, überhaupt nicht. Es ist normales Leitungswasser, aber es symbolisiert etwas, was hier nachher dazu kommt. Das sind diese drei Elemente. Und warum Erwachsenen-Taufe? Die Bibel kennt, so ist unser Verständnis, nur eine Taufe. Und das ist, wenn wir eine persönliche Entscheidung treffen für Jesus. Und deshalb sagen wir, dass man im Alter, wo man entscheiden kann, möchte ich Jesus nachfolgen oder möchte ich es nicht, dann auch der Schritt zur Taufe macht. Und deshalb haben wir bei den Kindern keine Taufe, sondern wir haben eine andere Form, und zwar, das ist die Segnung. Wir segnen sie ein. Wir bringen sie Gott und bitten um Schutz, um Bewahrung, um ein gutes Leben für dieses Kleinkind. Das ist der Unterschied, den man vielleicht kennt von der Kirche her. Aber wir verstehen die Bibel so, wenn man das liest, die Leute, es waren erwachsene Leute, sie haben sich entschieden, Ja zu Jesus, und der nächste Schritt war Ja zur Taufe. Die Wassertaufe ist unglaublich wichtig. Ich habe mich, als mich Martin gefragt hat, am Donnerstag oder Freitag war das, ob ich heute den Kurz-Input machen kann, und ich hoffe, dass ich kurz bleibe, habe gesagt, ich muss mich mit dieser Taufe befassen. Ich habe mich zurückerinnert an meine Taufe als Jugendlicher, und ich bin auf die Suche gegangen. Und ich habe gemerkt, wie wichtig die Taufe ist im Neuen Testament. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 2, 38, da hat Paulus, ein Prediger, dort gepredigt, und der muss so kraftvoll, voll des Heiligen Geistes und voll Power unterwegs sein, dass die Leute gekommen sind und sagen, Hey, Paulus, und was müssen wir jetzt tun? Was ist der nächste Schritt, den wir gehen können? Und Paulus antwortete, tut Busse, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung seiner Sünden. Hey, er hat gesagt, sie sind gekommen, was müssen wir tun? Er hat gesagt, nehmt Jesus an in euer Leben. Und nicht nur das, bekennt eure Sünden, eure Verfehlungen, eure Zielverfehlungen in eurem Leben. Und dann der nächste Schritt, lasst euch taufen. Hey, und wir lesen dort weiter an diesem Event, ich wäre da gerne dabei gewesen, 3'000 Menschen haben sich taufen lassen. Ich habe mir das überlegt. Wenn wir jetzt da 3'000 durchtaufen würden, ich weiss nicht so, wie hygienisch das für der Letzte ist, und wie viel Wasser das es dann noch hat, also wir hätten dann vielleicht die Äscher Feuerwehr gebeten, mit dem Schlauch aufzufüllen, dass das auch funktioniert. Aber ich gehe davon aus, die waren dort an einem See vom Ding und haben einen nach dem anderen liessen sich taufen. Und das war ein Riesenfest, das war ein Riesenfest. Und immer und immer wieder, wenn wir das lesen, gibt es in der Bibel Begegnungen, wo die Taufe im Mittelpunkt stand. Wir lesen von Philippus. Er hat gehört, sich für Jesus entschieden und ließ sich taufen. Von Paulus, der für ihr Saulus hiess, als er zu Jesus kam, war er ein nächster Schritt nach dem Jahr zu Jesus, sich taufen zu lassen. Cornelius, der von Jesus hörte, ihn annahm. Er und sein ganzes Haus, also seine Bediensteten und seine Familie, ließen sich taufen. Lydia, die erste Europäerin, eine Frau, entschied sich für Jesus und ließ sich taufen. Sie und ihr ganzes Haus. Also, was ist so wichtig an dieser Taufe, an dieser Wassertaufe? Und weshalb sollten wir uns ganz persönlich fragen, wenn du noch nicht getauft bist, sollte ich mich taufen lassen? Und ich habe hier drei Punkte, die ich mit euch betrachten möchte. Und zwar, der erste Punkt ist, warum soll ich mich taufen lassen? Weil es Jesus in der Bibel sagt. Wir lesen in Matthäus 28,19, wo Jesus den sogenannten Missionsbefehl gegeben hat, als er seine Jünger ausgesandt hat, hat er gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus persönlich war ganz klar. Er hat wie ein Gebot gegeben und hat gesagt, hey, meine Freunde, geht hinaus, erzählt von mir, von Jesus. Und wenn sich die Leute entscheiden und Ja sagen, dann fordert sie doch auf, ermutigt sie, sich taufen zu lassen. Für mich ist das keine Lehrmeinung, die man diskutieren könnte. Dieser Satz ist ziemlich klar. Es ist ein Gehorsamschritt, den wir gehen. Dieses Wort Gehorsam, vielleicht stellt es manchen die Nackenhaare auf. Ah, das klingt so, ich werde gezwungen dazu. Aber es ist ein Schritt, den wir gelesen, oder als ich mich vorbereite, immer wieder gesehen habe, die Leute, das war für sie wie logisch. Und er hat gesagt, ich habe mich für Jesus entschieden, ich habe mein Leben geändert. Ich habe, das was hinter mir ist, habe ich abgegeben und ich habe etwas Neues begonnen und ich möchte das zeigen mit einem öffentlichen Statement und Ja sagen zu Jesus. Wir lesen weiter in Markus 16, 15. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Hey. Alle still. Alle geschockt vom Ding. Vielleicht ein kleines Amen. Oder theologisch gut formuliert vom Ding. Hey, das ist eine Zusage. Eine Zusage, die Jesus diesen Menschen gibt, die sagen, ja, ich entscheide mich für ein Leben mit dir, Jesus. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt und wenn Jesus in unserem Leben an erster Stelle steht, sollten wir auch tun, was er sagt. Zweitens. I'm clean. Ich bin rein, habe ich diesen Punkt genannt. Die Wassertaufe ist wichtig, weil sie einen Ausdruck gibt. Wie soll ich das sagen? Eines reinen Gewissens. Wir lesen in 1. Petrus 3,21, wo es heisst, das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung. Also ich hoffe, die Täuflinge haben geduscht heute. Nein. Ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Die Taufe ist ein Statement, das ich abgebe, ein Ausdruck davon, ein reines Gewissen zu haben. Und es ist nicht etwas, was ich selber gemacht habe. Und ich sage, ja, jetzt, ich weiss, am Sonntag werde ich getauft. Und jetzt eine Woche lang nichts Falsches machen, damit ich ein reines Gewissen haben kann. Ich schliesse mich ein im Büro und mache nichts, dass nichts passiert. Nein. Überhaupt nicht. Ein reines Gewissen heisst, dass ich kommen kann vor Jesus und abgeben kann, was mich schwer auf den Schultern lastet. Was mich vielleicht schlaflose Nächte bringt. Aber auch wenn ich mich mit Jesus befasse, merke, irgendetwas korreliert nicht miteinander. Irgendetwas matcht nicht miteinander. Weil etwas da ist, was man bereinigen sollte. Und so ist es wie eine Last, die man zu Jesus bringen kann und sie ablegen kann vor dem Kreuz. Es ist wie ein Rucksack, wenn du wandern gehst und du trägst schwer, weil du genügend Proviant hast, genügend zu trinken hast und vielleicht noch Wechselkleid oder was auch immer. Und wenn du angekommen bist, mal den Rucksack ablegst am Ziel und du merkst, wie leicht es wird. Und das ist für mich das Verständnis, wenn ich kommen kann ans Kreuz, mit einem Rucksack voll beladen, mit Fehlern, die ich gemacht habe, mit Gedanken, die mich quälen, mit Ängsten, die ich habe, mit Fragen, die sich umtreiben und sagen kann, ich gebe dir alles hin. Ich lege diesen Rucksack von meiner Wanderung ab und platziere sie am Kreuz. Es tut gut und es erleichtert einem. Kennt ihr das Wort, es erleichtert mein Gewissen, diese Rede, wenn du? Wenn wir zu Jesus kommen und ihm das abgeben, wechselt er den Rucksack des Lebens, den wir tragen, mit unseren Verfehlungen, mit unseren Lasten, mit unseren Sorgen, gegen eine Leichtigkeit, gegen ein reines Gewissen. Wir dürfen die Fehler bei Jesus bekennen und bekommen Vergebung von ihm. Die Täuflinge, die wir heute taufen dürfen, haben einen Kurs gemacht und wurden eingeladen. Man hat darüber gesprochen, auch sich zu entscheiden, Ja zu dieser Taufe zu sagen und auch, was vielleicht war, abzulegen. und reinen Tisch zu machen. Jesus ist gestorben für unsere Sünden und das dürfen wir annehmen und ein reines Gewissen, ein leichtes Gewissen haben. Wir lesen in 2. Korinther 5, 17, das bedeutet aber, wer mit Jesus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vergangen, ein neues Leben hat begonnen. Amen. Hey. Ein neuer Mensch entsteht. Vielleicht seht er äußerlich noch gleich aus, vielleicht ändert aber auch das Gesicht, die Haltung, das Reden. Jesus macht neu. Und ich erinnere mich zurück an die Taufe meines Vaters. Mein Vater, ich habe das schon mal in einer anderen Predigt erzählt, hat sich unter extremen, ich sage mal unter extremen Bedingungen für Jesus entschieden, nämlich auf der Intensivstation bei einem Herzinfarkt. Aber er hat klare Sachen gemacht mit ihm. Und so war der Schritt auch der Taufe des öffentlichen Statements. Und das war so ein Fest für uns als Familie, weil wir als kleine Kinder haben jahrelang gebetet, dass sich unser Vater für Jesus entscheidet. Und Jesus hat unsere Gebete erhört. Und dieses Zeichen der Taufe, ja, vor der Church, vor den Leuten, die da kommen, ob bekannt oder unbekannt, mache ich ein Zeichen und ich lasse mich taufen. Ein starkes Statement, das wie ein neuer Geburtstag ist. den wir als Familie gefeiert haben. Ein neuer Mensch ist entstanden. Er ist nicht mehr derselbe. Sein altes Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen bis zum heutigen Tag. Und da komme ich zum dritten Punkt. Das ist mein Statement. Ihr Teuflinge heute, ihr gebt ein klares Statement ab. Nicht nur im Herzen, nicht nur persönlich, sondern ein Statement vor allen Leuten, die hier sind. Die Taufe ist ein Symbol dafür, wir haben es gehört, mit Jesus begraben und auch verstanden zu sein. Jesus starb als unser Stellvertreter und wurde für uns wieder auferweckt. Wenn ich mich taufen lasse in der identifiziere ich mich damit äusserlich, was Jesus für mich getan hat. Ich sage, er ist mein Herr. Er ist meine Nummer eins in meinem Leben. Ihm vertraue ich. Vielleicht ist es ein wenig ein hartes Wort, aber es ist wie eine Kapitulation und sage, hey, mein altes Leben ist vergangen, ein neues Leben kommt und Jesus, dir gebe ich mein Leben. Ich brauche einen Erlöser. Wohin soll ich sonst mit meiner Schuld und meinem Scham? Wenn ich getauft werde, ist der alte Andi, so heisse ich, begraben und durch die Kraft Gottes bin ich zu einem neuen Mensch geworden. Das symbolisieren wir mit dieser Wassertaufe. Wie gesagt, das Wasser ist nichts Mystisches. Es ist einfach ein Statement, ein Zeichen, das wir mit diesem Schritt symbolisieren und zeigen. Wir zeigen, ja, Jesus ist der Chef in meinem Leben. Mit der Taufe in Jesus Christus zeigst du zudem, wem dein Leben gehört und mit wem du dich identifizierst. Du zeigst, dass dein Wissen gegenüber Gott reingeworden ist. Das heisst nicht, dass du ab diesem Tag nie mehr Verfehlungen oder Fehler machst. Also überhaupt nicht, Hunding. Das wird wieder kommen, aber du weisst, wie du damit umgehen wirst. Und wenn du dich leiten lässt von Jesus, von dem Heiligen Geist, wirst du eine Veränderung in deinem Leben feststellen. Altes ist vergangen, alte Charakterzüge vielleicht, altes Denken oder was auch immer, Gott hat es neu gemacht. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, das feiern wir mit der Taufe. Es gäbe noch viel über diese Taufe zu sagen und auch über die zwei anderen Taufen, Taufe in den Leib Jesu Christi, in die Church, in der Welt, das wäre der eine Punkt, der andere ist die Taufe im Heiligen Geist, aber das können wir aufeinander verschieben und ich möchte jetzt eigentlich nichts weiteres als den Platz räumen und Tönnies und den Teuflingen übergeben, die ein Statement heute Morgen abgeben, ich gehöre Jesus. Amen.